Johnny, erstmal Glückwunsch! Rewe, Spieler des Tages heute. Mit was für einer Gefühlslage seid ihr dieses Spiel heute angegangen gegen Leipzig? Ja, diese Riesenenttäuschung von dem Spiel gegen Melsung ist ein bisschen abgeschwächt. Trotzdem immer noch natürlich eine kleine Enttäuschung da. Wir wissen aber trotzdem, dass wir es auch selber verbockt haben. Das macht es vielleicht auf der einen Seite bitter, aber vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen einfacher. Und wir wollten heute einfach nochmal einen guten Abschluss haben. Und vor so einer Kulisse, ja, wirklich Respekt auch an alle, die heute nochmal hierher gekommen sind. Und ein herzliches Dankeschön von der Mannschaft. Nochmal einen guten Abschluss für alle haben. Nach dem letzten Spieltag heute ziehen wir natürlich auch ein Saisonfazit. Klar, man ist ein bisschen enttäuscht, weil es mit der Meisterschaft am Ende nicht gereicht hat. Aber trotzdem historischer Erfolg, der Pokal endlich in Mannheim. Ja, muss man sich das jetzt auch so ein bisschen wieder ins Gedächtnis rufen, dass man sagt, hey, es war eigentlich eine geile Saison. Ja, im Moment überwiegt trotzdem noch die Enttäuschung. Wir hatten nach dem Pokalsieg ja gar nicht so die Möglichkeit, das zu genießen, das zu verarbeiten auch in unseren Köpfen. Und dafür können wir jetzt hoffentlich den Sommer nutzen. Dankeschön, Patrick. Für euch ist ja nur Kurzpause. Ihr geht direkt zur Nationalmannschaft nächste Woche. Unser Spieler des Tages präsentiert von Rewe, die 24. Patrick! Patrick! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.